Das nächste Mal bei Bauer-Ladies sucht. Noldi fährt Michaela aus. Ist das dein perfektes Date an einem Schwingfest? Eine Frage des Vertrauens für Silvia und Beat. Juhu, jetzt geht's aber runter. Oh, shit! Und Stefan macht es spannend. Schatz, kannst du dir etwas machen? Ja. Bauer-Ladies sucht. Donnerstag, 20.15 Uhr auf 3 Plus.